ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Alter, geht's noch? Ja was geht's noch? Ja was, ich esse mal ein Riegel? Ja was soll der Riegel? Man dann ein Shake oder sowas? Ich soll mir ein Shake machen? Ich zeig dir welches Shake ich noch. Na hast du da? Scheiße da. Was ist denn los mit dir, sag mal? Ja was ist los mit dir? Alter was ist los mit dir? Alter ich weiß was mit dir los ist. Ja meinte ich weiß nicht was mit dir los ist. Ach weißt du was? Jeder ist sauer, dass wir den Titel verloren haben. Weißt du mir geht das nicht auf den Pinsel? Weißt du ich frag mich auch schon die ganze Zeit. Wir vertrauen den anderen. Wir geben denen den Titel Chance. Wir machen faire Kämpfe. Wir tragen die ganze kacke fair aus. Und was passiert? Da kommen irgendwelche die keine Sau kennt. Wer waren die überhaupt? Wo sind die Securities gewesen? Ist doch völlig egal ob das die Securities sind. Ob da irgendwer reinkommt oder nicht. Sind wir A4? Sind wir absolut Anni und Al-Ani? Können wir das nicht auch so schaffen? Wir haben halt nicht aufgepasst. Das ist der Punkt. Wir haben Fehler gemacht. Wir passen immer auf. Wir machen keine Fehler normal. Normal finden wir auch immer eine Lösung für solche Sachen. Und ich sag dir ans. Mein Motivationstrainer hat es damals zu mir gesagt. Und er hat einen Chinesen zitiert. Und das habe ich mir gemerkt. What's not at that? What's not at that? What's not at that? Es ist völlig egal ob du dir das merken kannst oder nicht. Aber wir stehen jetzt auf. Suchen eine Lösung. Und gehen zu den anderen. Wir reden mit den anderen. Und machen das. Pass auf. Aber Anni, was heißt das? What's not at? Na ja, das weiß ich auch nicht wirklich. Aber klang gut. Auch da hinten. Aber klang gut. Und den Tag.